ha ha warte kommt zurück zu ganz beses mongosys wissen unsere franz brauche schön und davon kommen schnell zuocken schon Em Romeo & Heiler schon was schon순 das schon kommt und ich weiß ja schon du wirst auch kommen hatte ich nicht so viel wasser schon und dünner ist ein dünner ja danke wird auch hier bitte schön danke kontinu tut ja wir bösigen eibösen meiner und zwar ziemlich schacht gegen die kantor die kantor aber ich konnte vergessen nein ich bin komplett in der fahrt im schädel ja komplett gestört aber ihr wisst es bereits denn ich hab der mein kanal angeschaut ja wer immer noch mal videos kommt wo es komplett geistig behindert sein so wie ich und das fall ja ich richtig ha 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 denn ich bin der mann der es nicht kann das kann ich und 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 vergessen die sonnenplätze ich muss mehr sonnenblumen setzen mehr mehr sonnenblumen bedeutet auch der gegen und du die du 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 gewollt schmeißt die mit den teuren kacke beschmeißt sie mit eure kacke und zwar ziemlich hart so hart wie ihr es noch nie getan hat man das ist doch nicht euer ernst denn wenn ich einmal anfangen mit euch an zu kacken weil die hier seid komplett geist behindert also hört auf zu heulen bevor ich euch in die fresse schlag geht denn dann liegt ihr und zwar ziemlich schat auf den boden die dem zweimal but ein dann anders nicht gut 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 aber ich finde so will gewiß nämlich sehr gut da wenn ihr einfach mal butter wirft ein butter ist aber die kenzen zu leben ja ich liebe die butter der butter ist einfach so wundervoll ja glaubt ihr mir ziemlich gut denn ihr wisst alle ganz genau das butter toll ist ja und da ist von der geile scheiß ja von der geile scheiß denn butter ist von mondern un京st ich will das dicke viel sehen ach da ist er schon genau kurz bei weg ist ja nicht so dass butter männer hab du behinderte schiebt da ja 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 stirbt und doch beim pucker so falsch mit denen wir sind jetzt einfach durch wenn ich keine butter werfen ich habe verloren weil die keine butter werfen wollen stirb ich habe verloren weil ich einen butter werfen nein kein butter warum sollte man das auch tun 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 er sind das würde man ja auch genug gewinne hin nein es wäre ja viel zu leicht warum sollte man das denn tun ja warum sollte man das tun ich habe 30 mal daneben geklickt oder so ja der dicke brocken ist komplett behindert ja und so niemand mag ihn aber trotzdem ist er im spiel spiel denn er ist komplett behindert und schietet den ganzen tag einfach nur noch mal da rein werft doch einmal butter h weil denn wer es gg easy wp dumm 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 aber nein dann würde ja spiel viel zu leicht werden würdet ihr mal butter werfen ja hier benotten männer danke auch seht ihr einfach nur butter die ganze nur butter toll weg ja jetzt ist der mann und knuspert dran ja das kann noch nicht wahr sein was soll denn dieser schweiß doch auf meine butter oder männer zu knuspern meine mutter männer ja meine butter männer ist der fettel progen ja auf der botle hin ja und dann ist der ins und geprüßt und dann kommt der schieb da wieder an und konnten und frisst alles auf ja ich hasse dieses spiel denn das ist komplett der hat er komplett der fisch ist und noch mal wo doch noch man ist ein butter und butter hier seid doch einfach nur komplett scheiße einfach nur scheiße und jetzt jetzt fängt er an zu werfen mehr butter mehr butter mehr butter so will ich das so dass er 24 gefüßt es war eine geburt ja jetzt rasten die aus hart weil die sind gestört in ihr bilder und haben keine freunde und ich habe vergessen wir sind um mitzunehmen ja das wichtigste im leben zu wenig geld ich habe zu wenig geld dort mir doch viel mehr geld ja ich brauche geld aber das kriege ich nicht weil das spiel komplett behindert ist und so das spiel ist komplett behindert ja das kann nicht so weil es so ist so ist ja man ja voll ich habe einen anderen plan und so ein trick du machst du hast schon packen ja dieses spiel ist doch der letzte scheiß ich kacke dir auch in deinen arschloch hinein wenn du es nur willst also sagt es am besten oder ich kacke dir sonst vielleicht gegen den köpfe ist ja kacke schmeckt doch gut vor allem mit auf dem brot lecker ich liebe das immer gibt mir doch mehr sonnen mehr sondern weil ich brauche das sehr wichtig ist ja ich brauche dieses licht weil sonst kacke ich ziemlich hat und so und so und so und so und so und ich war kackt sonst ziemlich weil das spiel komplett da will schiss ist und so ich hasse es aber trotzdem macht es spaß zu spielen wegen der musik wegen der musik und so wegen der musik und so wegen der musik und so ja ich liebe es dieses spiel zu spielen weiß warum gemacht ja aber ich kann das nicht weil ich komplett behindert bin und so und treck ja ich würde es am liebsten jeden tag suchten aus geht nicht nein 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 ja noch eine sonne in der gibt mir die ja melona holt und macht diese kacke niemand interessiert sich dafür ja niemand niemand interessiert sich für deine leiden denn du bist einfach nur ein zombie ja direkt und so ja nie mal wo mit dir reden weil du kommst letztendlich und so ein kacke jappen und wirf doch mal eine butter ja nur eine butter ich brauche doch nur eine butter er geht mir doch oder auch nicht weil er zu licht zu licht ich brauche mehr melonen katapulte mehr melonen davon ja ich brauche mehr melonen weil sonst brauche ich schon zu tot ich kann kein deutsch ja das habe ich noch nie gewährt ja dort kann ich ganz und gar nicht warum sollte ich das auch können wenn ich richtig abstinke bei allem was ich so oder so machen also warum sollte ich dann dort lernen ja die zombies stinken richtig hart nach kacke und so ein trick und so ja verpiss dich ich hab da schon ein ding eingestellt weil ich nachdenke und so ein tag das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja ganz klar ja meine melonen macht euch denken aus der komplexen haus ihr wisst gar nicht was ich erwartet ja ich mache euch krank im haus weil ihr habt es verdient weil ihr seid ganz böse menschen nachher ja ganz böse männer hat er wille männer seid ihr ja und da muss doch mal eine botte je ekelhaften ja viel zu spät er wurde schon mal ein bisschen angeknuspt ja es sind nicht komplett scheiße aber was soll man dagegen tun wenn die nicht gut aufwerfen wollen weil sonst wäre es ja viel zu einfach für mich ja ich brauche mal wissen das heute rum ich hoffe der erste dicke punkt kommt aber eigentlich hoffe ich das nicht schaffen ich hoffe ein bisschen es kommt kein dicker bocken kommen und warum wirst du auf den danke mehr melon mehr butter ich brauche mehr gut ja hier seid alle tot Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ich stelle jetzt einfach nur noch mehr melonen in deutschland ist mein gott anfang ein sonnenlicht und letzte welt egal was passiert ich gewinne so weil ich bin der beste spiel auf der ganzen welt und so oder früher schon sein männlichen wirft nein bist du mal lieber du vater sagt ja du kleiner mini wirft doch mal butter hier behinderten affen um oh na you have failed to submit to own nightful claim be advice that unless you complete we will be forced to take extreme action do you submit your home and brains to us forthwith sincerely dr edgar zum bus und nein das war man hinter dir auch nein total ja man wohl vom böse mann genommen auch keine mongos macht das toll genau das stammt doch um ja voll logisch drum 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 geben dünn 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 ja gib mir doch mal etwas ordentlich ich war nur ordentliche sache aber ich bekomme nur stattdessen dass ich nicht brauche aber ist dennoch komplett egal weil es in meine gegner ja verpiss dich doch mal du behinderte auf den kopf denn ich bin werf dich mit melonen und denn heulst du um 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 ah genau um 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 zum ja genau schmeiße erstmal so richtigen wohnwagen auf mein fucking-haus kann man ja mal machen kann man aber lassen ja du behindert der Affen korp warum hast du denn so eine scheiße genau verpiste ich von meinem dach ja ja der piste ich davon mein dach denn du kannst ja gar nicht du bist einfach nur trägt ja auch in sohn scheiß kind und so jaha legt mich doch am sack ja du behinderte kackmongo ja ich hast dein leben und so geht es ihnen auch gut ich glaube nicht so falsch trast du wie gern wie wir begonnen genau wie oft willst du das noch machen ich verstehe es nein 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 verpiste ich darf von meinem gase mir doch ein paar potzen die schön ein bisschen lauchen und so ja was soll denn der kacktu behinderte auf den kippen ist geburt dazu noch mein ding kaputt gemacht und dann macht man den kaputt sondern scheiß auf meine sachen kaputt zu machen oder ich mache dich kaputt weil du bist behindert hat die euro dienst hast du keine um sie du schiedest nur hat rein ja hat rein hat um und um m m ja genau alter so in der kack genau dort wo am wenigsten einheiten stehen macht er genau diese kacke ich kann mich doch gar nicht wehren und ihr macht hast du zu hart aus ich verstehe es nicht du tun ich ja ja mach doch mein ganzes weed weg ich will doch nur etwas brauchen verstehe es du doch gar nicht nach gewonnen wie sie Ah, der 1 Homelon Security Okay, du wirst, nicht mehr essen für uns, wir wollen nur ein Musikvideo machen mit dir jetzt, ehrlich zu den Mongern Zum Flower One, two, three There's a zombie on your lawn There's a zombie on your lawn There's a zombie on your lawn We don't want zombies on a lawn I know you're tight, tall, dark and dead You wanna bite all the petals off of my head And beneath the brains of the one who planted me here I'm just a sunflower, but you need power and entire infantry You like the taste of brains, we don't like zombies I used to play football Protons protect my head I have a screen delicious We are the Islanders There's a zombie on your lawn There's a zombie on your lawn There's a zombie on your lawn We don't want zombies on a lawn In that meaning, it's time to re-evaluate I know you have a lot of food on your plate Brains are quite rich in cholesterol You're dead, so it doesn't matter Instead, we'll use this overpower To make a lawn defense at any hour I like a tricycle I like a tricycle Dirt clutter on my head I'm gonna eat your brain We are the Islanders There's a zombie on your lawn There's a zombie on your lawn There's a zombie on your lawn We don't want zombies on a lawn There's a zombie on your lawn Hello, I'm back That we have managed to do things And we have three new things And... 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 And then we're gonna do something And we're gonna do something Yeah, so botanic Or so botanic Mmh... Yes, it does I'm gonna do something Behinderten Affen Ja... Leck mich Hard An my sack Jaja... Das verdient Zu... Sterben N... D... 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 Mh... Mh... Oh... Ich ne... Mhm... Mmmh... Ja... Ich weiß es doch da nicht Mh... Mh... Ja, ich weiß es doch nicht ja die bösen männer kommen jetzt jedoch einfach weg du behinderte ja ja niemand mag die deshalb existierst du auch ziemlich nicht nur um um hm verpässt ich ziemlich schnell ja ziemlich schnell musst du dich jetzt der pisse hin pisse hin gab es dich jetzt schnell bevor ich dich weg machen du wichser ja genau der schieten noch mehr 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 schieten noch schieten noch mehr 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 stina boots memes ja wie viele noch ja wie viel noch das frage ich die schnell wie wie viel denn noch wenn sollt ihr dann noch ausrasten wieso tut ihr mir wenn so eine kacke ich weiß es doch nicht hört doch auf mit diesem track ja jedoch einfach weg du behinderte ich habe einen hoge faithful mongos approaching Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Da war gerade ein heftiger Leck. Wobei ich kann doch alles voll mit denen machen, ne? Ja, das wäre, glaube ich, angenehmer. Für... Mein... Oh mein Gott. Was für ein epic fail. Ein epic fail. Und zwar ziemlich heftig. Und zwar ziemlich heftig. Herz. Ja, super easy für mich. Ich... Die letzte Welle von Mongos Approaching. Haben keine Chance gegen meine Skills. Und ich zeig denen, was ein Oberpro so alles machen kann. Ja, ich bin ein ziemlich heftiger Pro in dieser Kacke. sie würden sie würden sie wenn sie gewinnen ja gewonnen ja gewonnen wollen das bowling haben wir doch schon bereits gespielt ja das haben wir schon bereits gespielt das war ein ziemlich geiler spielmodus und jetzt mache ich mal ja weiß super viel bock gemacht hat fange ich wieder an zu singen und ich gehe da mit euch allen auf den nerv aber ist mir komplett egal weil ich bin der kombo kombo freak und so daneben super fett am lucky und so ja falsche richtung immer in dieser explodieren ja 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 verpisst euch ihr behinderten und ekelhafteten mongos und so ja spring noch rüber bringen tut es hier nicht weil ich habe alles um dich zu besiegen ja es gibt nur noch einen eimer zombie auf diesem feld ja und jetzt kommen alle anderen und heulen herum dass sie komplett weg gemacht werden und zwar sterben ziemlich schnell ja noch mehr klein geld ist in haus schaus er gibt mir ja klein geld denn ich brauche wenig viel klein geld wenig viel klein geld er macht so viel sinn wenn man es sagt war es hat noch nie sind gemacht was ich gelabert habe ich bin da bin aber ist mir auch komplett egal weil ich bin ehre der mann der ist nicht kam auf einmal zu laut ja rastet aus ihr behinderten wichser von wiklern jetzt dass sie gestoppt hat ja ihr seid verhinderte menschen ja überspringen wo ich die explosion ja weil du bist ein kompletter schieter tot ja gibt mir viel mehr nüsse ich brauche sie ziemlich ich brauche so viele nüsse wie ihr habt aber kein explodierenden sondern ganz normal bevor der zombie durchkommt weil es wäre nicht so schön für mich so ich bin darüber ich bin da der auch über ein geld schon fast 10.000 ich nehme am ende habe ich genau 10.000 mehr als 10.000 blatt schützt ja geh halt weg du ekelhaft denn dummer mensch und so n dreck tschüss ich gebe mir keine mühe ist mir aber auch egal tschüss kleingeld ich habe mein vater an diesen höhere ich habe bereits gewonnen aber ich sage noch weiter weil ich bin der mann der es so richtig hart kann springt ruhig rüber über die sachen die euch eh nie getroffen hätte weil ihr seid falsch programmiert ja komplett falsch programmiert um aber der mann ist einfach crankier ha 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 habe ich falsch sneakers noch erwischt toll als ob ich am ende kein ding zu bekommen hat dann explodieren muss naja ist gut das war's mit dieser folge wir sehen uns den nächsten tschüss